Hätten Sie gerne auch ein besseres Gedächtnis? Das können Sie haben. Das Geiselhardt-Gedächtnispaket aus dem Aufsteigerverlag hilft Ihnen, Ihre Gedächtnisleistung um ein Vielfaches zu steigern. Spielerisch und völlig mühelos wecken Sie damit das Potenzial Ihrer Kreativität, Fantasie und Intelligenz. Der bekannte Gedächtnistrainer Oliver Geiselhardt, der unter anderem auch den Conga Award gewonnen hat, sagt Ihr Gedächtnis ist perfekt, wenn Sie es richtig nutzen. Mit diesem Gedächtnispaket sind Sie in der Lage, alles Erdenkliche sicher und zuverlässig in kürzester Zeit abzuspeichern und jederzeit ebenso zuverlässig wieder abzurufen. Nach dem Anhören und dem Durcharbeiten der Übungen merken Sie sich tatsächlich alles, was Sie wollen. Angefangen von To-Do-Listen über PIN-Codes, Kennzahlen und Fachtexte bis hin zu Namen und Gesichtern. Sie lernen, Reden frei zu halten, sich Argumente für Verhandlungsgespräche bereitzulegen, Gesprächsdetails zu behalten und sich Daten und Fakten über wichtige Personen zu merken. Die Geiselhardt-Technik ist für jeden geistig gesunden Menschen in erfreulich kurzer Zeit erlernbar und lässt sich vor allem absolut praxisbezogen umsetzen und anwenden. Dabei ist es gleich, ob Sie 20 oder 80 Jahre alt sind, ob Sie mehr oder weniger intelligent sind. Nach dem Motto 20 Stunden trainieren, ein Leben lang profitieren wird das Geiselhardt-Gedächtnispaket mit minimalem Zeitaufwand Ihren geschäftlichen Erfolg und Ihre Lebensqualität deutlich steigern. Es besteht aus dieser wunderschönen Box und enthält folgende Elemente. Ein Hörbuch im Umfang von sechs CDs, gelesen von den Schauspielern Andi Königsmann, Bernd Seebacher und anderen. Eine Live-Mitschnitt-DVD eines Referats von Oliver Geiselhardt, aufgezeichnet mit vier Kameras in TV-Qualität. Ein hochwertiges Arbeitsbuch, einen Bildschirmschoner auf CD, ein Übungsposter, zwei Bonus-Audio-CDs mit weiteren Übungen, eine CD mit MP3-Dateien. Bestellen Sie es jetzt mit dem Link unterhalb dieses Bildschirm-Displays.